Hallo YouTube, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge Let's Play Minecraft, mit dabei natürlich der majestätische Markus. Hallo. Und wir setzen jetzt zuerst die... So, mögen wir den Drachen bekämpfen. Ja, ich hab Angst. Ich hab voll Panik irgendwie. So, erstmal die... Ich werde auch für die letzten beiden setzen wir zusammen ein. Du, Minus, Halabada, Shalalalang, Dengalang. Brauchen wir eigentlich ein Feuerzeug, um das zu entzünden? Dann gib mir aber eine. Ja, ja, schon klar. Da. Warte. Das hab ich wieder aufgenommen. So. Juhu, drei. Eins, auf drei oder auf... Los. Eins, zwei, drei, los oder auf eins, zwei, drei? Auf drei. Eins, zwei, drei. Toll. Ja, doch. So. Arschbombe! Ah, du bist so wahnsinnig! Aua. Sneaken! Ah! Sag mir nicht, du bist tot. Nein. Was zur Hölle? Wieso sind wir hier? Wieso hier? Wie, was ist das denn für ein Pech? Wir sind so weit außen. Wir müssen uns erstmal rüberbauen. Wenn wir runterfallen, sind wir tot. Ja, gut, dass wir die... Dann bauen wir mal. Komm, Badwurst-Erfahrung. Endlich lohnt es sich mal. Ich hab Angst. Toll, wir hätten normale Enderperlen mitnehmen müssen. Ja, das ist natürlich wahr. Ich trau mich nicht. Wetten wir, ich fall runter. Wetten wir, ich fall runter. Wetten wir, ich fall runter. Das ist ganz einfach. Nur das ist... Los, die Enderperlen sind nicht zuerst in der Mitte. Schnell, 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 schnell. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Also, das ist klar. Solange du die Shift hast und drückst, ist alles... Ja, bei mir spinnt die ja manchmal. Oh Gott. Deswegen geh ich jetzt ganz langsam. Bitte fall nicht runter. Ich hab Angst. Spring direkt hinterher. Bin ich ja gerade in dieser Welt. Ich bin nervös, ey. Das gibt's gar nicht. So lange drauf gearbeitet. Vor allem haben wir alles dabei. Wenn wir jetzt sterben, dann brauchen wir noch mal ungefähr 100 Folgen oder so, bis wir die Sachen wieder haben. Das dauert dann aber wieder ein paar Wochen. Pro Folge. Ja. Sneaken. Nicht hier einer in meinen Ahren gucken. Boah, die sehen so gut aus. Also, sneaken, damit uns keiner... Boah, hier sind so viele. So, ähm... Lass mich das später mit an, mit dem Drachen oder nicht? Nein. So, siehst du diese... Ich kann ja nicht gucken. Ich gucke auf den Boden. Ja, ich habe auch einen angeguckt. Aua, aua. Geweckt. Ich gucke auf den Boden. Ich gucke auf den Boden. Ich muss dir erschlagen. Willst du dir helfen? Oh, dieses Geräusch. Was ist los? So, nach außen gucken. Ähm, wir müssen... Da oben auf diesen Türmen sind so Dinger. Und die musst du mit Pfeilen oder mit Schneebellen abschießen. Also, bevorzugterweise Schneebälle. Okay. Ist natürlich die Frage, ob ich das jemals treffen werde. Das ist so hoch. Boah, die Endermans nerven. Wir hätten uns doch die... Vorher weiß ich, ob ich den getroffen habe. Wir müssen zurückgehen und gucken. Achtung, der Drache! Aaaa! Weg! Ich laufe im Kreis und schreie. Wie kommt der noch nochmal her? Der kam an. Ist das der? Der Drache, den wir töten sollen. Aber erstmal müssen die Dinger kaputt. Sonst kann der sich hochheilen. Achso. Alter, die ganzen... Aua! Wow, das war knapp! Alter, lass dich jetzt nicht ab! Was für ne Party! Äh, ich muss das essen. Alter Falter. Er kommt! Er kommt, um mich zu holen! Er kommt, er kommt, er kommt! Das erste Ding hab ich kaputt gemacht. Ich weiß es nicht, ob es kaputt ist. Es gibt ne Explosion, wenn es kaputt ist. Okay, ich hab's. Jo. Wir müssen alle, ne? Ist klar. Ja, echt? Noch eins. Oh oh. Geh am besten nicht zu nah am Rand, weil dann wird es halt gefährlich mit dem Drachen, wenn der dich so weg... Der macht ja nicht so viel Damage, aber wenn er dich halt runterschlägt, ist... Alter! Wie war das? Aua! Oh, den hab ich getroffen. Aua, was geht ab? Achte auf dein Essen! Ich werd durch die Möp geschossen. Achte auf dein Essen! Ja, ja. Und zur Not ist es mal ein goldenen Apfel. Alter, die Endermans nerven hier. Aber die machen nicht viel Damage irgendwie. Ich hätte gedacht, die machen mehr. Okay, das war nicht hoch genug. Das wahrscheinlich auch nicht. Geh weg. Okay, den treff ich nicht. Dann müsste ich hoch. Aber Drache, du bist ganz brav. Das gefährliche ist halt, man kann da auch hochklettern irgendwie und die abbauen. Aber wenn dann der Drache ankommt und ich wegstecke, bist du wahrscheinlich tot. Ganz braver Drache. Ganz braver Drache! Ganz braver Drache! Wie machst du das? Mit Pfeilen oder mit Schneebellen? Schneebellen. Ich hab das Gefühl, ich treffe damit überhaupt nicht. Die sind so hoch, die Viecher! Okay, noch einen. Oh, nice! Hab auch einen! Äh, wo sind denn hier noch welche? Ist hier auf dem... Bei dem... Da, wo du stehst. Hier, bei mir direkt. Ah, okay. Geh weg! Ah, der ist so... Der ist aber extrem hoch. Der ist richtig schwierig zu erwischen. Ich glaube, ich baue mich mal ein bisschen hoch, aber halt nicht sehr weit. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da kommt kein Schneeball hin. Da muss einer von uns fast hoch. Scheiße. Oh, der Drache kommt. Der Drache kommt. Uah! Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Ich glaube, das ist der letzte da oben. Da muss einer von... Der eine muss den Drachen ablenken. Schlagen. Okay, lenkt mal ab. Da hinten ist anscheinend auch noch eins. Achtung, der Drache ist bei dir in der Nähe. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Aber du kommst schon... Sehr schön. Hab ich's? NAAA! Boah! Oho. Okay, da hinten ist noch einer, scheinbar. Wo? Okay. Der ist aber sehr tief. Oh, fuck. Der ist außerhalb der Map oder so. Oh, oh. Und jetzt... Die Endermänner folgen mich schon wieder. Der ist doch nicht außerhalb. Der hier oder welcher? Wow. Scheinbar gibt es hier noch mehr als einen. Ach, da. Ach, du. Nicht so nah nach... Boah, das ist wahnsinnig. Sehr schön. Gleich haben wir alle Endermans hier gekillt. Ja. Oh, essen. So. Oh, ja. Ich muss auch unbedingt essen. Wo ist denn der Drachen? Da hinten. Ich esse einen goldenen Apfel. Die Endermans nerven mich gerade zu sehr. Mich verfolgen die Dinger schon wieder. Ich weiß, was geil wäre. So eine Mini-Gun wie bei Vice City. Ja. Und hier würde man aufräumen. Ich glaube, jetzt geht's wieder. So, jetzt können wir den Drachen töten. Aua, jetzt schlägt er mich. Ups. Man müsste ihn halt auch treffen, den Drachen. Aber er kann sich nicht mehr regenerieren. Ich werde dafür erstmal mit Pfeil und Bogen und vielleicht den Finisher-Move damit... Aua. Ja, ich hab ihn nochmal getroffen. Wuhu. Kann er jetzt mal hier ein bisschen tiefer kommen? Hm, worauf stehen Drachen? Hm, Chicken Wings. Fuck. Der kam dort durchgeglitscht irgendwie. Ich hab ihn noch kein einziges Mal getroffen, ey. Ich hab ihn, glaube ich, zweimal getroffen. Aber, mein Gott. Kann der jetzt mal ein bisschen tiefer kommen hier? Hallo. Uhu. Wir wollen mit dir spielen. Fliegt aber auch nur da oben, die Feigesau. Hm. Der fliegt irgendwie immer den gleichen Weg. Das ist ja quasi so ein Quadrat hier, wenn man sich so umschaut. Der läuft wie so ein Löwe im Käfig. Ja. Oh, Markus hat ihn getroffen. Uhu. Ding, 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 ding. Er hat echt viel Leben abgezogen. Ja, aber langsam müssen wir auch fast mit den Pfeilen, wenn wir so weitermachen. Ja. Alter. Das macht so gut wie nix. Schade. Er kommt. Wenn er so tief unten ist, dann müssen wir eigentlich Boast beim rein. Ja, wir müssen warten, bis der uns angreift und dann zack, 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 zack. Ah, toll. Hat ja gut geklappt. Was? Du hast eine Enderperle geworfen. Oh, oh. What the? Was macht's? Hab ich's nicht grad noch gesagt, oder wollte ich sagen? Du wolltest es sagen. Ich hab eine Enderperle neben meinem Bogen liegen. Ich hoffe, ich verstehe die nicht. Boah, das war aber Glück, oder? Ich hab mich aus der Map geworfen, Alter. Ja, deswegen war das ja irgendwie Glück. Alter, sehr geil. Also, irgendwie hätte ich gedacht, der Drache wäre eine größere Herausforderung. Oh, ich hab meinen Bogen weggeschmissen. Alter, Markus, was machst du denn hier? Der ist doch nicht stark, aber trotzdem muss man ihn ja nicht verarschen, sonst frisst der dich gleich. Samt, Haut und Haaren. Ich schmeck auch gut. Yeah, ich hab ihn zweimal hintereinander getroffen. Wuhu. Ist das in letzter Zeit ein Zug geworden, oder was ist eigentlich los? Was ist der? Hinter dir. Ja, toll. Du bist der beste Kumpane im Krieg, der man haben kann. Ja, ich weiß. Hinter dir ist ein Enderman. Alter, ich hab keine Zeit für dich. Komm zu Papa. Papa. Setz dir eine blonde Brücke auf, vielleicht kommt er dann. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Okay, noch zwei Stacks. Da kommt der Spam. Spam, Spam. Toll, wir werden einfach genau einen Pfeil treffen. Die können wir noch wieder aufheben hier. Ja, genau. Wenigstens landen die Dinger wieder hier. Aua. Hä? Weil er hat mich jetzt mit dem Pfeil beschossen. Kann der aus der Luft wieder zurück von dir? Das war bestimmt der Drache, der hat sich das auch eingekauft. Komm runter. Du hast nur noch die Hälfte deiner Lebenspunkte. Es bringt nichts wegzulaufen. Sehr schöner Hit. Oh, was ist denn jetzt hier los? Wir haben hier richtig reingeschossen in das Ding. Uh. 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 Jetzt muss er leiden. Jetzt muss er leiden. Das war eine gute Angriffswelle. Äh, ja. Der hat aber auch irgendwie so komische Bewegungen. Mal ist er so langsam und auf einmal fliegt er da weg. Komm, zu. Komm her. Komm. Komm, komm, komm. Ein bisschen tiefer, bitte. Ich muss schon wieder was essen. Der kommt. Ja, toll. Weißt du, jetzt kommst du, du dobes Viech, wo ich gerade meine Steaks in der Hand habe. Vielleicht wollte er auch eins haben. Ey. Hier, da ist ein Steak. Da liegt eins. Jetzt hol's dir. Tipp, 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 tipp. Das kann man eigentlich wie Hühner behandeln, oder? So sollte man die wie die Hühner behandeln. Nur weil die Flügel haben. Ja. Oh, Markus ist gerade on the fire. Komm. Ich schieße gerade nur daneben irgendwie, aber der fliegt auch gerade so richtig scheiße in den Kreis. Wir müssen warten, bis der runterkommt. So verschwenden wir nur die Pfeile. Jetzt kommt der. Ich habe mich gerade aus Versehen weggedreht. Sehr schön. Ja, anderthalb Stacks habe ich noch. Das wird reichen. Gehe ich mal von aus. Er kommt. Sehr schöner Hit. Von mir wieder nichts. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ach, Mann. Boah. Sehr schön. Markus trifft im Moment alleine. Ich kann das irgendwie hier durch diese komische Umwelt auch nicht abschätzen, wie hoch der gerade ist. Ich habe es absichtlich gemacht. Ach ja. Und was ist sonst so bei dir? Alles okay? Ja, ja. Hast du die Koffer schon gepackt? Ja. Komm, komm. Jetzt, jetzt machen wir ihn fertig. Ich will ihn nicht töten mit einem Pfeil. Ich will ihn mit einem Schwert töten. Ich bin Sieg für den Drachentöter. Das machen wir ihm ins Herz. Oh mein Gott. Aber gut, dass wir so viele Pfeile hatten. Überleg mal, wir hätten weniger gehabt. Er kommt. Noch hat er ein bisschen. Noch kann man den auch noch... Nein, wir sollen mal eine Klinge spüren. Zweimal könnte man ihn, glaube ich, noch hitten. Aber... Komm, ein bisschen tiefer. Sonst kann ich dich nicht treffen. Toro. Wie viel Enderman hier einfach rumstehen? Die stehen hier wie so in einer Gruppe auf dem Schulhof. Jetzt hat er aber echt Angst, der Drache. Jetzt kommt er gar nicht mehr. Ohoho. Gleich, äh, sterben wir ihn. Ja. Gleich töten wir ihn. Komm her, wir sterben dich. Aua, Enderman, geh weg. Ich hab hier ein Besteres zu tun. Das ist ein typisches... Nein, fuck. Ich glaub noch ein Hit. Maximal zwei mit unseren Schwertern. Dann ist er kaputt. Komm. Komm. Oh ja, er kommt. Geh in die Nachtwache. Ja, er ist tot. Er leuchtet. Boom. Disco. Z, 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 z. Ich will auch Erfahrungspunkte. Hey. Level 33. Ich hab dich fertig gemacht. Ja, Level 60. Ja. Das wird's voll spannend. Ja. Wenn du hier durchgehst, bist du wieder in der normalen Welt. Lass mal Randale machen, solange wir noch hier sind. Ich will mal gucken, das Ender... Das Ei ist da durchgefallen. Hm. Was ist durchgefallen? Das Enderdrachenei. Ich glaube aber, damit kann man, glaube ich, keine Drachen hervorbeschwerden in der normalen Welt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen OP. Ja. Sollen wir noch ein Abschiedsfoto hier machen, so? Ja. Au. Au. Schade, der Drache ist kaputt, sonst würde ich sagen, so mit einem Schwert am Kopf. Ja. Wie geht das? Genau so. Oh. Du schubst uns rein. Pass auf. Oh. Jetzt bin ich verkehrt rumgelaufen. Ich hab grad die falsche Kameraperspektive. Ich muss essen, sonst sterbe ich. Das Foto ist am wichtigsten. Ich muss auch was essen. Oh, oh. Ich sterbe gleich. Das ist nicht gut. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Geh weg. Geh weg. Scheiße, ich stehe. Wo ist mein Apfel? Wo ist mein Apfel? Wo ist mein Apfel? Gott, schnell essen. Schnell essen. Gut, ich hab ihn gegessen. Ja, ich glaube, das lassen wir lieber mit dem Abschiedsfoto. Ja, dafür, wir gehen wieder. Hier ist ja nichts los. Hier geht keine Party ab. Das war ein Foto. Yeah. Okay. Welche Taste war das? F5. Ja. Ja. Und. Na ja, du guckst ein bisschen zu weit nach oben. Guck mal ein bisschen weiter nach von dir aus rechts. Danke. So, schönes Foto gemacht. Und damit geht es wieder ab in die normale Welt. Droh, 2, 1, hüpf. Und jetzt kommt der Abspann. Wo ist denn meine W-Taster hier? Das ist so dunkel im Zimmer, ich sehe nicht. Ja, damit haben wir theoretisch das Ende von Minecraft erreicht. War eine schöne Zeit. Hat sich sehr lang gezogen. Ich glaube, wie lange haben wir jetzt an dem Display mit 50, ich glaube, 54 Folgen waren jetzt über... Halbes Jahr oder so? Länger, glaube ich, sogar noch neun Monate oder so. Tja. Jetzt haben wir theoretisch das Ende erreicht, aber in Wirklichkeit natürlich nicht. Minecraft ist unendlich. Jetzt ist schon wieder ein Kanal und das war's. Genau. Ja. Schön, dass jetzt der Abspann läuft. Ich werde den noch aufnehmen bis zum Ende. Paar irgendeine Musik drunter, denke ich mal. Und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Minecraft-Format, würde ich mal sagen. Oder einer anderen Allgemeinen-Folge. Ja, kann auch sein. Okay, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020